Der Fokus unseres Unternehmens ist ausgerichtet auf den Boden als Anbindungsfeld und auf unsere Kunden. Wir haben klar die Devise ausgegeben, dass wir unsere Kunden erfolgreich machen wollen. Die U10 UTS AG gibt es seit 1997 als Aktiengesellschaft, aber als Unternehmen gibt es seit 100 Jahren. Mein Großvater hat das Unternehmen 1911 in Wien gegründet. Jeder, der Gas gibt, jeder, der will und jeder, der vollen Einsatz bringt, hat hier eine Perspektive. Und das Allerschönste finde ich, ich meine, in anderen Unternehmen kann man das auch tun, aber hier wird es halt wirklich gesehen, hier gibt es jemanden, der es sieht und der es anerkennt. Also perfekte Work-Life-Balance ist für mich, dass ich arbeiten gehen kann und für meine Familie da sein kann. Und das macht mich glücklich. Wertschätzung bedeutet, dass der Mitarbeiter den Anspruch hat, genau zu wissen, wie seine Leistung von seinen Vorgesetzten gesehen wird. Deswegen legen wir großen Wert darauf, dass intensiv zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten kommuniziert wird. Also mein ehemaliger Abteilungsleiter wurde berufen zum Geschäftsführer in den USA und hat mich quasi gefragt, ob ich ihn begleiten würde, um die Tochtergesellschaft in den USA aufzubauen. Die UZN-UZ AG ist ein sehr dynamisches Unternehmen. Die Mitarbeiter sind dynamisch und flexibel und wir sind ausgerichtet auf Veränderung und auf Wachstum. Ich denke, es wird sehr viel Wert auf den einzelnen Mitarbeiter gelegt. Es gibt keine Entscheidungen über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg, sondern man hat das Gefühl, dass man auch einbezogen wird. Das ist ein sehr, 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 Vielen Dank.